Hallo Messebegeisterte, ich bin der Sergi von online-shop.de. Es geht heute um eine B-Warenaktion und auf dieser Stelle möchte ich gleich sagen, also wenn jemand Interesse hat, solche Aktionen nicht zu verpassen, dann am besten meinen Kanal gleich abonnieren. Ja, es geht heute um diese zwei, es geht heute um Omega Buschkraftmesser, um das hier. Es sind insgesamt 34 Messer, 19 sind mit Lederscheide, 19 sehen so aus und 15 sehen so aus. Also 15 sind mit Kydex, 19 mit Lederscheide. Um welche Fehler handelt es sich? Es handelt sich hier hauptsächlich um solche Passungen im Griff. Ja, hier ganz minimal kann man ganz einfach mit Schmiegelpapier wieder zurecht schleifen. Ich mache das einfach nicht. Ich verkaufe die Teile so, weil das sind einfach die letzten bei mir und hier habe ich diese Griffscheiden einfach drauf gemacht. Da waren andere drauf und das mache ich einfach nicht. Könnt ihr machen. Preis werdet ihr sehen. Ich werde unten in der Beschreibung einen Link dazu einstellen. Könnt ihr direkt drauf zugreifen. Solange der Vorrat reicht wahrscheinlich. Also nach meiner Einschätzung werden die Teile innerhalb von zwei Stunden komplett ausverkauft sein. Deswegen jeder der bei mir abonniert hat, hat die Chance das Ding schnellstmöglich zu kaufen. Das gleiche ist auch in der Lederscheide. Hier in der Lederscheide haben wir hier ein kleines Problemchen, dass das Ding relativ locker drin sitzt. Also für einen, der minimal handwerklich begabt ist, wäre das auch kein Problem hier zum Beispiel irgendeine Miete reinzumachen oder das Ganze hier ein bisschen fest anzunähen, um das Ganze dann wiederum hier fester zu bekommen. Wäre auch kein Thema. Hier dieses Standard Tragesystem von Yars. Also stahltechnisch ist alles okay bei diesem Messer. Ab jetzt sind die Teile in meinem Shop käuflich und auf dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal lasst mir ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Eine Teile, zweite Teile Toán